Leichtathletik lebt von bewegten Bildern und für uns ist es extrem wichtig, zusätzlich zu den Angeboten unseres Medienpartners ARD ZDF, bewegte Bilder zu präsentieren. Wir werden versuchen und versuchen es auch jedes Jahr wieder, die besten Veranstaltungen per Livestream zu produzieren und unseren Fans zu zeigen. Bei Livestream-Produktionen brauchen Sie sehr, sehr gute Qualität und für sehr, sehr gute Qualität, denke ich, steht Streaming Factory. Unser Partner. Seit dem letzten Jahr arbeiten wir zusammen. Wir sind sehr zufrieden und wir sind auch dankbar, dass wir jemanden haben, der uns mit so viel Kompetenz die Livestream-Produktionen sichert. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.